Wie fühlst du dich wohl in Winterthur? Ich fühle mich mega wohl, nicht nur wegen dem Spieler und dem Trainer, den ich schon gekannt habe. Das hat es natürlich ein bisschen vereinfacht. Aber die ganze Mannschaft, muss ich sagen, wir sind eine super tolle Truppe. Jeder geht für den anderen und ich glaube, das zeichnet uns die Saison auch aus. Die Winterthurer surfen die Erfolgswelle im Moment gar selbstbewusst. Nur zwei Faktoren könnten Patrick Rahmens Team heute aus dem Gleichgewicht bringen. Da ist einmal der Angstgegner Basel, gegen den hat man in der Super League noch gar nie gewonnen. Und es fehlen wichtige Kräfte im Mittelfeld. Luca Zuffi ist verletzt, Randy Schneider gesperrt. Die Gastgeber pressen hoch, setzen Winterthur unter Druck. Das klappt. Katschuri schaltet schnell. Kololli, schnörkellos und zielstrebig. Boah, der war nicht schlecht. Erster guter Test für Marvin Keller. Diese Weitschüsse sollen die zuletzt so solide Defensive des Gegners in Schwierigkeiten bringen. Hätte fast geklappt. Die Basel in der Startphase die dominantere Mannschaft. Aber der Drang nach vorne, auch Risiko behaftet. Denn die Winterthurer können konnte. Gorba mit dem weiten Ball. Er ist zum dritten Mal diese Saison von Beginn weg auf dem Feld. Fofana gegen drei. Bis Eltajev aufschliesst. Seifalal Tajev haut ihn an den Pfosten. Beste Aktion bisher vom besten Torschützen der Winterthurer, herausgeliehen von Basel. Hätte seinen eigentlichen Arbeitgeber nun fast in Schwierigkeiten gebracht. Die Gäste finden nun immer besser ins Spiel. Eltajev lässt Reger stehen. So richtig klären können auch die Kollegen nicht. Diaby. Da ist Stillhardt. Wow, was für ein Treffer. So geht Weitschuss. Die Winterthurer grausam effizient. Und da ist es. Dieses Selbstvertrauen. Basel Stillhardt dank der Absenzen zurück in der Startelf rechtfertigt das Vertrauen des Trainers mit so einer Traumkiste. Der Coach nimmt das zur Kenntnis mit einem Applaus etwas gar nüchtern für dieses Kunststück. Und so geht es für Winterthurer mit einer Führung dank Basel Stillhardt in die Pause. Was mir auffällt, du bist körperlich ziemlich bereit. Wie siehst du dich so als Spieler? Ja, ich glaube, ich bringe die gewisse Physis mit, die wir brauchen in der Mannschaft. Ich glaube, jeder Spieler hat seine Stärken und die Physis gehört bei mir sicher auch dazu. Nach dem Seitenwechsel ähnliches Bild wie zuvor. Der FCB spielt. Die Gäste lauern auf Konten. Veiga. Frei an vorderster Front. Und Bari trifft den Ball nicht. Kade auch nicht. Kololli. Noch einmal. Dann ist Marvin Keller Endstation. Was für eine Reaktion. Die Basler machen alles richtig. Aber die Winterthurer verteidigen sowas von solidarisch. Werfen da alles rein. Und können sich beim Schluss mal bedanken. Die Gastgeber suchen mit weiten Bällen immer wieder den grossen Bari. An die Latte. Eine weitere Top-Chance für die Basler. Der Ausgleich wäre längst verdient. Und wie Bari den Ball noch erreicht, das gibt höchste Stiernoten. Nur ein schwacher Trost für den Franzosen. Nächster Versuch. Diesmal kommt Bari nicht mehr ran. Diaby will ihn zurücklegen. Und er kullert rein. Oder doch nicht. Keller ist dran. Aber Schiedsrichter Fedai Sanu, das ist ein Lions-Mann, hat diesen Ball hinter der Linie gesehen. Und weil die TV-Bilder nichts anderes beweisen, stimmt auch der Bar zu. Gibt es doch nicht. Was für ein Eigentor. Völlig unbedrängt, völlig unnötig. Schenken die Winterthurer den Baslern ein Tor. Ui, ui, ui. Damit alles wieder offen. Und die Schlussphase. Turbulent. Da ist Vintis Durr. Der lässt Avdolau stehen. Legt rein und rührt. Macht fast einen Diaby. Ein fast Eigentor. Aber das geht gerade noch mal gut. Ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Ich glaube, ich könnte sogar noch im LTEF überspielen. Aber ich war hungrig, um das Goal zu machen. Es hat leider nicht funktioniert. Aber hoffentlich dann beim nächsten Mal. So teilen sich die beiden heute die Punkte. Das ist über das ganze Spiel gesehen korrekt. Auch wenn Winterthur dem Sieg nachtrauen dürfte. Dennoch bleiben sie damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen. Adrian, sehr spezielles Spiel für dich. Wie hast du es erlebt? Ja, es ist ein spezielles Spiel für mich. Es ist immer schön, hier zurück zu sein im Joggen. Es ist schade, dass wir am Schluss leider auf die Art und Weise die zwei Punkte dazulassen müssen. Aber trotzdem sind wir sehr, sehr zufrieden mit dieser Leistung. Ich glaube, wir haben gezeigt, wieso wir auch in dieser Tabellensituation so sind, wie wir sind. Und jetzt ist die Nazi-Pause. Wir versuchen uns zu erholen, dass wir nachher zu Hause auf der Schütze gegen Servet wieder 100% bereit sind. Und jetzt은 die Weltkrise ist in der Last und obra es bei der Sonnens permeiert.